Das ist das Kohlmann Konzert One 622T. Das ist ein Reisestativ inklusive eines Kugelkopfes, der sich hier noch versteckt. Den bauen wir auch gleich auf bzw. das Stativ. Dann sehen Sie auch, was da alles mit zu machen ist. Ich werde die Details da kurz erklären. Wir fangen direkt mit den Schließen an. Das machen wir ja immer. Ich habe hier Drehmechanismen, die man einfach mit einer Umdrehung öffnen kann. Dann hat man Zugriff hier auf die einzelnen Segmente. Mit diesem System ist es natürlich auch möglich, mit einem Handgriff alle Segmente zu lösen. Und dann dementsprechend hier die einzelnen Segmente auszufahren. Das geht natürlich für alle drei Beine ganz klar. Und mit einem Handgriff kann man sie auch dann wieder so verschließen. Unten hier haben wir Gummifüße. Wie man sieht, da ist also der sichere Stand auf glatten Unterböden bzw. glatten Flächen gewährleistet. Das reicht auch vollkommen aus. Wenn man draußen Outdoor-mäßig unterwegs ist, wo es ein bisschen unwegsamer ist, wie man so schön sagt, dann wäre natürlich vielleicht auch ein Stativ mit Spikes angebracht. Allerdings muss ich sagen, ich gehe auch damit in solchen Stativen raus. Ob das jetzt Spikes sind oder Gummifüße, ist mir im Prinzip eigentlich erstmal ziemlich Banane. Das Klemmsystem, also das System, was praktisch dann die Beine, wenn man sie also hier dann geöffnet hat und gespreizt hat, um eben das Stativ hinzustellen, kommt in einem neuartigen Verschlusssystem. Habe ich so noch nicht gesehen. Das gilt übrigens für die ganze Konzept-One-Reihe von Kohlmann. Und das ist so eine Schnellklemmverschraubung, wenn man so möchte. Und wir haben hier den normalen Weg, wenn man halt das Stativ aufbaut mit Rastpunkten und dann wird das Ganze eben hier eingerastet, zum Beispiel in der Position oder eben hier. Und wenn ich jetzt zurück möchte oder wieder das Stativ abbauen möchte, dann haben wir hier so einen kleinen Pfeil drauf. Der bedeutet, dass wir dann diesen Ring einfach hier ein bisschen nach unten ziehen, den einfach so halten und dann können wir hier einfach das Bein wieder umlegen. Das habe ich so noch nicht gesehen, das ist für mich neu. Kann sein, dass es das vielleicht auch woanders noch gibt, weiß ich nicht, kann wirklich nicht. Und gefällt mir sehr gut, weil es halt eben also nichts ist, was man jetzt irgendwie ziehen muss, gezogen halten muss, wie auch immer. Das geht so richtig mit einem Handgriff, zack und dann einfach hier das Bein wieder so umlegen. Fand ich ganz gut gelöst bzw. finde ich ganz gut gelöst, ziemlich clever und wie gesagt, ist auch was Neues. Ist auch mal ganz schön. Jetzt baue ich das Stativ mal eben auf, dann willst du auch sehen, wie schnell das geht. Und einfach so, die Beine einmal hier einfach alle runter, einmal umklappen und dann die Segmente ausfahren, also sprich einen Handgriff pro Bein dann festschrauben, ist auch klar. Hier war das erste Bein. Hier kommt hier das zweite Bein, alles draußen, wunderbar. So, da muss man natürlich immer nur noch den Kopf haben, richtig rum, man drehen muss. Übrigens, damit können Sie dann auch die Aufbauzeit drastisch verkürzen, wenn Sie direkt in die richtige Richtung drehen. Und auch hier noch einmal so, zack, zack, einmal und so. Und dann können wir das Stativ hier einfach hinstellen und vor allen Dingen nochmal richtig gucken, wie man das dann gerade macht. Und wir gucken jetzt nochmal so ein bisschen hier uns etwas genauer den Kugelkopf an. Den habe ich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Der Kugelkopf, den wir hier drauf haben, der hat natürlich hier oben ein Schnellwechsel-Plattensystem drauf mit einer ganz speziellen Klemmung, die zeige ich noch gleich. Und dann haben wir hier rundherum, wie Sie sehen können, eine Gradeinteilung. Beginnend bei 0 und geht dann hier 30, 60, 90 und immer wieder 30 und 60, 30, 0 Grad, je nachdem, in welcher Richtung Sie da drauf gucken. Und die kann man natürlich dann lösen, indem man hier an dieser Schraube dreht, dann kann man den Kugelkopf auch drehen. Wie man sieht, das geht auch alles sehr geschmeidig und Sie haben natürlich auf der Seite hier vorne auch eine Einteilung, damit Sie auch gesehen können, auf welcher Gradzahl Sie das hier alles gerade eingestellt haben. Wenn Sie dann die richtige Position gefunden haben, einfach hier wieder festdrehen, kein Problem. Das hier ist die Schraube für die Friktion. Also zum einen auch mal hier, um das Kugelgelenk dann hier zu entspannen sozusagen, um es eben frei bewegen zu können. Und natürlich auch hier mit der obligatorischen Kerbe für die Hochformataufnahmen, um das Ganze eben dann hier auf die Seite kippen zu können. Wenn wir dann auch hier die richtige Position gefunden haben, einfach festdrehen. Ich mache das jetzt mal eben so für Sie, damit Sie eben auch jetzt direkt das nächste Feature hier vorgestellt bekommen. Und so, dann drüber lassen wir eben fest. Das ist übrigens auch sehr schön, ich kann das dann loslassen. Und in dem Augenblick, wo ich hier festdrehe, wenn Sie mal darauf achten, die Position der Schnellwechselplatte hier oben, also dieses Aufnahmetellers, verändert sich nicht. Es gibt also billigere Systeme, da haben Sie das Problem, wenn Sie dann hier so eine Einstellung haben und im letzten Moment, wo Sie dann festdrehen, dann geht das ganze Gelenk hier nochmal so ein bisschen mit. Das ist nicht viel, ein paar Millimeter, allerdings ein paar Millimeter mit einem Teleobjektiv auf 500 Millimeter Brennweite zum Beispiel. Da sind ein paar Millimeter dann schon ein paar Meter halt eben und das Motiv ist dann weg aus dem Bild. Ist da keinem mitgeholfen. Das nochmal so als Hinweis. So, wir haben jetzt hier also ein Schnellwechselplattensystem, das wie folgendermaßen funktioniert. Ich fange mal direkt an hier oben mit der Schnellwechselplatte selber. Das Element, was hier oben drunnen ist, da haben wir hier so zwei schöne schicke Renni Streifen, das sind hier ein bisschen gummiert. Das heißt, wenn wir dann die Schnellwechselplatte hier anziehen, dann wird die Kamera herangezogen und dreht sich halt nochmal ein bisschen zusätzlicher fest. Das ist auch ein besserer Grip. Und hier unten haben wir dann diesen Hebel, wie man sieht. Und diesen Hebel kann man bewegen. Das ist auch schon mal ganz toll. Ich mache jetzt einfach mal hier den Hebel auf. Und jetzt müsste man ja eigentlich meinen, dass ich hier irgendwas rausnehmen kann. Kann ich aber nicht. Geht nicht. Warum geht das nicht? Das ist halt eben schon mal so der erste Trick. Das ist also für Ihre Sicherheit und vor allen Dingen auch für den Gatebeutel von Jedermann. Dass nämlich halt ihr dann in dem Augenblick, wo ich das Ganze löse und nicht ganz bei mir bin, und dann die Kamera hier mit den sechs Kilo, die da oben drauf sind, dann irgendwie einfach so zu Boden semmelt. So. Um das jetzt zu machen, muss man hier im Endeffekt einfach dann nur, wenn der Hebel halt eben dann in der Off-Position ist, wie man sieht, dieses Element hier nach unten drehen. Und erst wenn ich das gemacht habe, dann kann ich hier die Schnellwechselplatte rausnehmen. Na, nochmal. Okay. Also einmal einsetzen. Geht übrigens auch fürs Einsetzen. Zack. Loslassen. Schon ist die Platte gesichert. Sie wackelt noch nicht mal. Aber zur Sicherheit natürlich dann mit dem Klemmverschluss sollte man das Ganze dann auch festmachen. So. Also öffnen wir das nochmal. Ziehen hier oben dieses Element einfach runter und können dann die Platte rausnehmen. Die Platte unten selbst, die man sehen kann hier, also einmal mit Schraubenzieher, mit Münze, hier mit diesem Fritz, der hier halt eben ist, oder mit dem passenden Inbus-Schlüssel. Einfach das Ganze dann festreden, beziehungsweise hier mit dem Einfettrisselgewinde einfach dann am Kameraunterboden einfach anbringen. Kein Problem. So. Ansetzen. Zack. Hier oben wieder einrasten. Und dann mit dem Hebel wieder in die feste Position und nichts kann passieren. So. Lieferumfang gehört unter anderem auch noch hier dieses kurze Stück, was wir hier haben. Und das ist also ein kleines Stück Säule. Was wir hier in der Mittelsäule haben, haben wir hier nochmal in einer etwas kleineren Version. Einfach aus dem Grund, da wir hier die Beine, wenn wir die halt eben jetzt auf die äußerste Position bringen, sogar über die Achse hinaus, wie man sieht. Aber macht ja alles keinen Sinn. Das heißt, im Boden hier können Sie das Stativ tatsächlich hier so vollkommen komplett bis auf den Boden absetzen. Und wenn Sie dann dieses kleine Säulenstück nicht hätten, dann hätten Sie eben, wenn Sie sich vorstellen, dass hier der Boden ist, die Kamera ganz weit oben. Das ist ja doof. Und die Säule kann man dann wechseln, indem man einfach die Läuse einfach die Säule hier löst und dann unten hier diese Schraube losmacht und dann kann man das Ganze einfach umstecken. Und zur großen Mittelsäule hier nochmal kurz der Hinweis, dass wir natürlich hier auch diesen Haken haben, wo wir dann noch ein Gewicht anbringen können, unten drunter, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu stabilisieren. So. Das war dann das. Und jetzt werde ich hier zu guter Letzt auch nochmal eben kurz das Stativ schnell wieder zusammenbauen. Das geht dann wie folgt, damit Sie auch sehen können, dass das hier wirklich keine große Hexerei ist. Die Beine einfach hier losschrauben. Und dann einmal hier. Einfach wieder zusammen. So ein Handgriff. Zack. Auch hier. Ein Handgriff. Und dann noch. Alle guten Dinge sind drei. Und jetzt halt eben die Beine einfach wieder umlegen, indem man das Ganze dann halt eben hoch macht. Eins habe ich vergessen. Die Säule muss natürlich hier in die äußerste Position, weil die Beine ja umgelegt werden. Das mit dem rechts und links drehen, das finde ich auch nochmal. So. Ne? Also hier. Zack. Einmal umlegen. Nach unten ziehen. Hier auch wieder. Zack. Das Bein nach oben legen. Und dann hier noch einmal das dritte. Und das ist dann alles, was Sie dann hier entahmt haben. In diesem Film habe ich Ihnen hier das Kohlmann Concept One 622T vorgestellt. Das ist ein Reisestativ, wie man sieht, mit einem kleinen Packmaß. Was Sie bei uns hier im Shop erwerben können. Eine Auszugshilfe von 1,36 Meter. Und diesen ganzen anderen technischen Kletteradatsch, den wir hier noch haben, den lesen Sie am besten einfach mal auf der Produktseite nach, wo Sie gerade sind. Da steht nochmal die Maße genauer aufgeführt, was da auch alles mit zugehört am Lieferumfang. Die kleine Mittelsäule. Das Stativ können Sie also für normale Aufnahmen verwenden, wie auch für die Makrofotografie. Und ja, ganz tolle Sache. Unschlagbarer Preis und gute Qualität.